Zengo League Berlin, hier treffen sich Berlins beste Straßenfußballer und wenn die aufeinandertreffen um die Krone des Straßenfußballs, wird auch der MVP, also der Most Valuable Player gewählt. Spielfertigkeit, technische Skills und Fairness, darauf achtet die Jury, um dann den besten Spieler des Turniers zu wählen und auch Bayern Stars Hummels, Rames und Alaba haben sich die Ehre gegeben und haben vorbeigeschaut. Das ist eines der schönsten Spiele, die es gibt, drei gegen drei, vier gegen vier, fünf gegen fünf machen wir auch im Training tatsächlich oft, also deswegen müssen wir es gar nicht vermissen, sondern wir kommen auch in den Genuss. Es wurde jetzt in den letzten Wochen sogar relativ häufig bei uns gespielt und da geht es einfach zur Sache. Es gibt viele Zweikämpfe, jeder hat einen offensiven und defensiven Part, das ist nicht nur für mich reines Verteidigen, sondern ich komme auch öfter mal im Sturm auf einmal dann kurz zur Geltung oder auch nicht zur Geltung, je nachdem wie ich es mache. Und deswegen spiele ich es für meinen Teil sehr gerne, aber so wie ich die Mitspieler kenne und höre, ist das eigentlich so das, was jeder liebt, einfach zocken, ohne irgendwie auf große taktische Disziplinen zu achten, sondern einfach nur drauf los. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.